hallo ja hallo ich grüße Sie ganz herzlich Frau Maybach hier aus Hamburg vom Weser-Pertriebs-Service ja und zwar ich melde mich zwecks Ihrer Teilnahme online die Sie ausgefüllt haben für das iPhone-Handy von Apple Apple Rakesh habe ich hier stehen ja Rakesh Kor ja das bin ich hallo ja und zwar wegen der Teilnahme für das iPhone-Handy melde mich wir haben den Antrag für die Verlosung auch im Internet gemacht und sind jetzt auch in das Finale mit reingekommen habe ich das habe ich das gewonnen habe ich gewonnen noch nicht nein noch nicht am 30. April haben Sie diese Chance diese Möglichkeit den Preis zu gewinnen Wann ist das? Wann wird das sein? 30. April warte du musst aufschreiben es gibt mal Kalender oder warte jemand Kalender einmal auf 3 wann wie viel Uhr wird das stattfinden? Es sind nur zehn Finalisten mit Ihnen dabei und vier Preise die verlost werden und wie viel Uhrzeit? Die Uhrzeit steht nicht fest so ab 18 Uhr also haben wir jetzt den Eintrag hier aber 18 Uhr denke ich mal das ist Sonntag da muss ich mal mit meinem Chef reden weil da muss ich eigentlich nackt sich machen aber kann ich ja nicht verpassen da muss ich noch mal reden nein sie werden aber schriftlich benachrichtigt sie werden Post bekommen ja an ihre Adresse wird sie ja gesendet aber eine Reise bekommen sie aber auch noch hundertprozentig sicher ja eine Reise? Ja sie bekommen auch eine Reise als Geschenk oh mein Gott wohin wird denn Reisestattfindung machen? Nach Norditalien zum Gardasee oder Paris für vier Tage drei Nächte ist schon bezahlt für sie als Geschenk Oh Gott ja richtig Schulstraße 67 werden die Reisegutscheine gesendet heute in zehn Tagen sind die da ja okay Zehn Tagen kommen die von äh von Calcutta oder warum wird das so lange brauchen? Ja die Reisegutscheine sind in zehn Tagen da in Husum ja? Ja warum? Schulstraße 67 schicken wir die. Sie sind geboren 1. April 88. Ja das ist richtig kommen die aus Italien oder warum dauert das zehn Tage denen zu schicken? Nein das dauert weil wenn die äh es wird ja alles vorbereitet ja erstmal die Reisegutscheine vorbereitet ja und gesendet das dauert ungefähr zehn Tage weil wenn Wochenende dazwischen kommt dann ja dauert das eben so lange ne? Ja schon. Ungefähr zehn Tage. Ja. Ja also die Reise ist ja sicher die bekommen sie dann auch als Geschenk heute schicken wir die raus und sie werden für vier Preise auch für Handy verlost am 30. April für das Finale. 30. April ja. Ja. Und äh wenn sie gewinnen wird auch ihr Gewinn nämlich auch an sie ausgezahlt von einer Zeitschrift ja? Ja. Und diese Zeitschrift bekommen sie für ein Jahr nur okay das ist Sponsor der sie auszahlt. Sponsor sehr gut sehr gut. Ja. Und äh nur für ein Jahr bekommen sie das aber nur nicht nur sie alle zehn Finalisten. Ja. Zwölf Monate nur ohne Abo ohne Vertrag. Und zwar zahlen sie nur zweimal im Jahr 55,90. Okay? Zweimal im Jahr. Äh habe ich sie ja. Aber ich soll doch ein Handy bekommen. Das Handy bekommen sie aber erst im Gewinnfall natürlich von der Zeitschrift dann ausgezahlt. Am 30. April. Werdet die das äh werde ich dann das Handy bekommen oder wollen die das äh die Werte mir geben? Bargeld machen? Nein. Nur Handy. Nicht Geld. Nein. Nur Handy. Kann man keine Barauszahlung machen? Nein. Nein. Nicht Auszahlung. Das geht nicht. Achso. Nur Handy bekommen sie. Und was ist... Aber die anderen Preise können sie auch als Geld bekommen wenn sie gewinnen. Die anderen Preise. Ja. Anderen Preise sind erste Preis Auto. Auto? Ein Kia Sportage Geländewagen. Ja. Ja. Wert ist 38.000 Euro. Möchten sie Geld oder lieber äh den Wagen? Äh von von welcher Firma ist das bitte? Ich habe das nicht verstanden. Kia. Kia Sportage Geländewagen. Kia. Ist das ein deutscher Firma? Kia Sportage ist ein... Äh Kia ist ein japanisches Firma. Japanic? Okay. Das ist sehr gut. Ist das... Äh was hat das Auto für ein... Äh für eine Farbung bitte? Nein. Das ist nur eine Farbe in schwarz. Ja. Nur schwarz. Ja. Und das wird nur so verlust. Standardausstattung ist das nur... Der Wert ist 38.000 Euro. Also... Entweder bekommen sie Geld oder Auto. Ja. Aber ist das... Ist das jetzt äh Gewinnspiel für Handy gewesen? Und jetzt soll man Auto bekommen? Nein. Es ist auch Handy gibt... Es gibt auch das Handy. Ist vierte Preis ist Handy. Ach so. Ach so. Aber erste Preis ist Auto, wenn sie gewinnen. Ja? Und äh Auto oder wie viel Geld kann man bekommen? 38.000 Euro. Möchten sie Auto oder Geld, wenn sie gewinnen? Erste Preis. Ah. Lieber die Auto. Ja okay. Dann trage ich das Auto ein. Ja bitte? Und wenn sie zweite Preis gewinnen... Wenn sie zweite Preis gewinnen... Ja. Das ist wie gesagt dann... Ja Küche. Eine komplette Küche von Miele mit Elektrogeräten. Wert ist 18.000 Euro. Möchten sie Küche oder auch Geld, wenn sie gewinnen? Äh... Kann man sich das aussuchen, wie groß wird es werden? Oder ist das äh... Es wird... Es wird... Es wird... Es wird nach den Maßen ihrer Küche wird das eingerichtet. Welche Maße ihre Küche hat, wird das auch so eingerichtet, ja? Ja soll ich das äh... Soll ich das mein Sohn sagen? Das soll der das Ausmessung machen? Müssen sie das reinschreiben? Also es wird im... Wenn sie die Küche gewinnen, ja? Ja. Dann werden sie sowieso benachrichtigt und die Ausmessung wird dann ja von uns dann gemacht. Ja? Soll ich sie einmal kurz beiseite legen? Da kann ich das schnell machen. Nein, das brauchen sie nicht. Es wird ja alles gemacht, ja? Von uns aus, von Küche, von Miele. Ach da kommt die Technik und wird das machen? Genau, genau. Das wird dann natürlich alles, ja, natürlich die Technik machen. Ja, der kann das bestimmt auch besser machen als ich, weil ich bin ja kein, äh, keine Technik. Ja, ja, ist okay. Dann bekommen sie, wie gesagt, dann ja die Küche. Okay, und wenn sie dritte Preis gewinnen, bekommen sie einen Fernseher. Ja. Schlachtbildschirm-Fernseher von Sony im Wert von 5000 Euro. Oh Gott. Ein sehr großer Fernseher ist das, was verlust wird. Entweder bekommen sie das Gerät, den Fernseher oder auch das Geld, die Auszahlung 5000. Was möchten sie hier, wenn sie gewinnen? Äh, was, was hat das für ein, äh, Screen-Diagonal? 70 Zoll. 70 Zoll? Ja, 70 Zoll. Wie viel, wie viel Zentimeter ist das Diagonal? Na, 70, äh, Zentimeter Diagonale. Ne, der Zoll und Zentimeter ist ja was anderes. Ja, 70 Zoll steht hier. 70 Zoll. Ja, und was hat das dann für ein Bildschirm-Diagonal? Weil 70 ist ja nur das ganze Gerät, aber das muss ja, das wird sich ja messen. Ich frage mal, ich frage mal, kleinen Moment. Ja, bitte. Ich frage mal, kurz, kleinen Moment. Ja, danke, danke, danke. Welche Bildschirm-Diagonale? Bildschirm-Diagonale, Fernseher. 165 cm Bildschirm. 165 cm Bildschirm. 165 cm, da brauche ich ja gar nicht mehr bei Kino fahren. Ja, brauchen Sie, ist riesengroß der Fernseher. Ja, was verlost wird. Ist das so High-Modern-TV? Ist das, kann man da so, warte, kann man das mal bei meinem Kumpel, der Vorarbeiter gesehen, da kann man so DVD direkt reinmachen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also das ist ein Flachbildschirm, das neueste Modell, was verlost wird. Ja. 165 cm Bildschirm-Diagonale ist schon recht groß, ja. Das ist super. Also werden Sie, wie gesagt, ja, entweder bekommen Sie den Fernseher oder das Geld. Ja, das möchte ich gerne, kann man das bei Wandschern machen? Ist das so eine Halterung-Din? Ja, ist dabei, alles dabei. Das ist so toll, das ist so toll. Weißt du, willst du eingetragen, weil Willi gerne ein Handy gewinnen und jetzt kann man so viele tolle Sachen bekommen? Ja, wie gesagt, also entweder bekommen Sie das Geld oder 5000 oder das Gerät, den Fernseher. Also möchten Sie den Fernseher, ja, den Fernseher möchten Sie, wenn Sie gewinnen? Ja, das möchte ich bitte machen. Gut, habe ich eingetragen, okay. Und das Handy, das wird nur als Handy ausgehändigt an Sie, als Gewinn nicht das Geld ausgezahlt. Das bleibt so, okay, das ist der vierte Preis, okay? Ja, kann man bei Handy, kann man sich da gucken, was möchte man für ein Farben haben? Weil meine Frau, das hat ein Kinken, das ist so schrecklich. Nein, es ist nur eine Farbe Gold, ja, Goldfarbe. Ja, das ist schön Ghetto-Style, das ist sehr gut. Wie gesagt, also nur das in Goldfarbe gibt es, nur, äh, keine andere Farbe, nur das Handy, das iPhone, ja? Also bekommen Sie und nicht das Geld auch, ja? Ja. Und das sind die vier Preise und eine Reise bekommen Sie ja jetzt auch noch als Geschenk, die Italien-Paris-Reise. Für zwei Personen ist die Reise bezahlt. Ja. Mit Flug, Hotelaufenthalt, also Unterkund, Verpflegung dabei, mit Reiseleitung, zwei Jahre sind die auch gültig. Also Sie entscheiden, mit wem wann Sie verreisen wollen, ja? Ja, innerhalb zwei Jahren ist das, äh, also... Können Sie dann, bitte, weil ich habe dabei, äh, muss kurz bei meinem Kalending reingucken, ich glaube von, äh, von die 7. April bis zu die 30. April habe ich Urlaub, dass Sie das, äh, kann man dann bei Hamburg Airport fliegen? Oder wo muss man da hinkommen? Ja, natürlich, ja, natürlich, also Sie können dann verreisen, wenn Sie Zeit haben. Also Sie bekommen in 10 Tagen die Reisegutscheine, dann können Sie sofort verreisen, wenn Sie Zeit haben. Ja. Wenn nicht, dann haben Sie zwei Jahre Zeit, ja? Mit zwei Personen ist die Reise bezahlt, okay? Können Sie das dann schon da reinschreiben, weil das wir noch, äh, weil wenn in 10 Tagen, da könnte es ja sein, dass die haben die eine Ausbuchung machen. Nein, Sie rufen selber an, am Reisetelefon, die Nummer ist drauf, Sie machen den Termin selber dann ab, ja, mit dem Reisendüro. Können Sie mir das bitte gleich geben, da kann ich da anrufen. Ja, es wird, ja, mit den Reisegutscheinen schicken wir das ja zusammen, ja, die Reisegutscheine, da steht alle die Nummer drauf, ja? Bis dahin wird das ausbuchen, die werden das ausbuchen. Ja, bitte? Die werden ein Ausbuchung gebucht machen. Ich will da bitte, dass Sie mir die Telefonnummer geben, da kann ich eine Reservierung machen. Ja, also, wenn Sie möchten, können Sie gerne aufschreiben, ja? Ja, bitte? Plus 49, also 371. Plus 49? Ja, also, das ist ja, wenn Sie vom Ausland anrufen, können Sie auch diese Nummer Vorwahl angeben, aber brauchen Sie nicht. 371. Von wo rufen Sie dann an, bitte? Hamburg. Von Hamburg? Von welcher Straße? Welcher Straße? Ja. Am grünen Deich. Oh, das ist ein sehr schöner Name. Am grünen Deich. Ja, also, wie gesagt, die Nummer ist 341. Ja. 928. Ja. 80. Ja. 03. Sehr gut. Da kann ich dann eine Reservierung, wollen Sie dann gleich nochmal zurückrufen, wenn ich denn Reservierung, dass Sie, können Sie das Gutschein dahin schicken? Das ist Express-Tours. Also, Sie bekommen die Reise heute gesendet, ja? Also, in zehn Tagen sind die auch da. Oh, sehr gut. Also, wie gesagt, ich muss das komplett ausgefüllt jetzt an die Zentrale senden, damit Sie die Reise bestätigt erst bekommen, ja? Die Reise muss ja erst bestätigt werden, damit wir die heute abschicken. Danke, erst können Sie die Reise antreten. Nicht, bevor eine Bestätigung da ist, ja, schriftlich, okay? Ja, und der Gewinn wird hier auch ausgezahlt von einem Sponsor. Sie werden mit einem Sponsor aktiviert für das Finale, mit einer Zeitschrift, ja? Das ist Ihr Sponsor, der Sie auszahlt im Gewinnfall und die Reise schon für Sie bezahlt als Geschenk, die Sie erhalten werden. Okay. Nach Italien, Paris, vier Tage, drei Nächte. Diese Zeitschrift bekommen alle zehn Finalisten, aber nur ein Jahr begrenzt, ohne Abo, ohne Vertrag, ja? Und zwar zahlen Sie nur zweimal im Jahr 55,90, okay? Zweimal im Jahr und dann war es das. Und was soll ich da bekommen? Sie bekommen eine Zeitschrift, die hört zu. Ja, kennen Sie, die hört zu. Was ist das, bitte? Die TV-Zeitschrift in Deutschland, das ist die älteste Fernsehzeitschrift in Deutschland, hört zu, das ist Ihr Sponsor, der Sie auszahlen wird, wenn Sie gewinnen. Und die Reise ist schon bezahlt von der, hört zu, schon als Geschenk, die Sie bekommen, ja? Also Sie sollen auch ein Jahr nur die Zeitschrift bekommen, ein Jahr nur, beziehen und zahlen nur zweimal im Jahr 55,90 und dann war es das schon. Ohne Abo, ohne Vertrag, ja? Ja, aber wenn ich... Geschenk werden Sie ausgezahlt. Ja, aber ich soll doch was gewinnen, warum soll ich jetzt Geld bezahlen? Das ist doch Gewinnspiel gewesen und nicht, äh, schicken wir rein, zeitung.de. Eine Zeitschrift gehört immer dazu, das ist Ihr Sponsor, der Sie auszahlt. Auch wenn Sie Lotto spielen, zahlen Sie für Lottoscheingeld, ne? Ja, ich bin jetzt, äh, bei wie vielen Leuten werden jetzt noch mitmachen? Zehn Finalisten, zehn Finalisten und vier Preise. Das heißt, wenn ich Pack, wenn ich Pack habe, muss ich draufzahlen. Nein, warum? Ja, wenn ich... Sie haben doch keinen Verlust, Sie haben doch eine Reise, wenn Sie nichts gewinnen. Dann haben Sie nur die Reise. Ja, und wenn Sie was gewinnen, haben Sie auch einen tollen Preis, ja? Dann freuen Sie sich doppelt. Was für ein Wert? Wenn nicht, dann haben Sie nur Reise. Was für ein Wert hat denn Reise? 398 Euro. Oh mein Gott. Für eine Person, ja? Ja. Also, ja, die Zeitschrift kostet halbjährlich 55,90 Euro, was Sie nur zweimal im Jahr zahlen und dann ist Schluss. Diese Aktion ist dann beendet für Sie. Ja, das ist, äh, den Aktionen werden wir beenden. Das ist sehr gut. Sollen wir dann, äh, was habe ich Sie gesagt? Grüne Deik? Ja. Sollen wir da dann, sollen wir da jetzt Polizei hinschicken? Ja, können Sie machen. Ja, können Sie dann, äh, schon mal Tür aufmachen, dass, äh, die Durchsuchung schneller geht? Ja. Ja, können wir machen. Das ist kein Problem. Ja, ist, äh, plädieren Sie auf schuldig oder auf unschuldig? Ja, auf, äh, wie Sie möchten. Ist kein Problem. Ne, das, äh, Sie haben ja das Recht, die Aussage zu verweigern, wenn Sie Gefahr laufen, sich selbst zu betasten. Mhm, mhm, ja, ist okay. Können Sie ja machen, wie Sie möchten, ja? Ja. Also, ich tue hier meine Arbeit und machen Sie sich nicht lustig über meine Arbeit jetzt, ja? Ja, natürlich. Das ist, äh, Ihre... Ja, Ihre... Wenn Sie möchten, dann machen Sie es. Wenn nicht, dann nehme ich Sie auch komplett raus. Dann brauchen Sie keine Reise und auch nicht an der Verlosung teilnehmen. Und es gibt keine Reise und es gibt auch keine Verlosung. Das willst du mit nur in Zeitung ansehen? Ach so, ach so. Das ist kalter Verkauf bei Telefon. Das ist verboten. Das ist verboten, was Sie machen. Das ist verboten, Sie haben ja auch keinen Verkauf. Nein, Sie wollen mir Zeitung ansehen. Das ist kalter Verkauf. Nein, 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 nein. Nein. Diese Zeitung wird Ihr Gewinn auszahlen. Mh, Madagardoon, duid. Soll ich Ihnen jetzt... Möchtest du das Gespräch beenden? Möchten Sie ein Ziege kaufen? Hallo. Willst du Ziege kaufen? Ja. Ja. Aber Sie können ein Pferd kaufen, ja? Ja. Tschüssi. Pferd. Pferdinnen. Pferderennen? Oh, mein Gott. Und ich werde nicht bei Pferderennen mitmachen. Pferd. Pferd.